Wir haben hier drei Punkte mit Klopfen. Mund abputzen, Dienstag ist Training, Freitag ist Training und der Schlaf. Aber krass Leute! Wenn ihr alt seid und vor uns gelangen habt, dass nicht jedes Spiel gut sein kann. Dass wir nicht jedes Spiel kribieren. Aber wie wir hier gefeindet haben, wie ihr seid. Ungemacht! Gegen so viel Verletzungen. Deswegen will ich euch jetzt so laut rüber und nicht nur irgendwie gehen. Wir haben hier drei Punkte mit Klopfen. Mund abputzen! Aber krass Leute! Wir haben die drei Punkte! Band después! Mandernateurs sind jetzt noch hier.